Andreas Aktas, 33 Jahre alt, Rechtsanwalt, ist verheiratet und hat eine dreijährige Tochter. Unsere insbesondere auf christlichen Wurzeln basierenden gesellschaftlichen Werte sind nicht nur Vergangenheit, sondern vielmehr zeitlos und damit auch zukunftsfähig, sagt er. In diesem Kontext liegen ihm als Familienvater insbesondere die Themen Mobilität, Bildung und Betreuung am Herzen. Er ist ehrenamtlich im Kirchengemeinderat der syrisch-orthodoxen Kirche tätig. Andreas Aktas, 33, Rechtsanwalt, wir alle sind Bietigheim-Bissingen.